Am 25. und 26. Oktober öffnete die 6. Norderstädter Herbstmesse im Rathaus Norderstedt. Der bisherige Besucherrekord wurde gebrochen, denn in diesem Jahr kamen weit mehr als 10.000 Besucher in das Rathaus. Die 6. Norderstädter Herbstmesse stand ganz besonders im Zeichen der Familie. Gemeinsam mit den Ausstellern konnten die Verantwortlichen, der BDS Nord, die Stadt Norderstedt und der Regenta Verlag unter anderem eine Kinderrallye auf die Beine stellen. An insgesamt 18 Stationen konnten die Kinder spannende, knifflige und lustige Aufgaben lösen und sich so einen Stempel verdienen. Wer 10 Stempel gesammelt hat, durfte eines der bunten Lose ziehen und mit etwas Glück einen der Hauptgewinne ergattern. Nieten gab es zwischen den Losen natürlich nicht. Jedes Kind gewann einen Preis und wurde so für den tollen Einsatz belohnt. Ein weiteres Highlight waren die Führungen hinter die Kulissen der Volkshochschule und der Stadtverwaltung. Die Kinder durften sich sogar einmal auf den Chefsessel des Oberbürgermeisters Hans-Joachim Grote setzen. Über das kostenlose Kinderschminken freuten sich besonders die kleinen Mädchen, die sich freudig strahlend in Prinzessinnen, Schmetterlinge und Marienkäfer verwandeln ließen. Aber auch die Jungen kamen auf ihre Kosten. Während sich die jungen Damen schminken ließen, zeigten die kleinen Gentlemen ihre handwerklichen Fähigkeiten beim Filzen. Schmetterlinge Schmetterlinge Schmetterlinge